Hallo zusammen, ich bin Marwa, bin 18 im ersten Bildungsjahr als Fachfrau Kundendialog und arbeite im Service Center Winterthur. Hallo zusammen, mein Name ist Alissa, ich bin 16 und ich bin im ersten Bildungsjahr als Kauffrau. Ich arbeite am Hauptsitz Zürich. Hallo zusammen, ich heisse Nico und bin 18 im ersten Bildungsjahr. Ich mache meine Ausbildung bei der Soientas in Aarau und bin im zweiten Bildungsjahr. Was mir besonders zu diesen Büchern gefällt, ist die Vielseitigkeit der verschiedenen Fachabteilungen in der Krankenversicherungswelt. Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Teamfähigkeit werden durch die Ausbildung im Betrieb wesentlich gefördert. Beim Beruf Kundendialog folgt mir die Förderung von Verkaufsgesprächen am Telefon, den Umgang mit Beschwerden und schriftlichen Kundenaufträge zu bewältigen. Unser grosses Highlight ist der jährliche Junior Business Day mit allen Lernenden und Praktikanten, den wir zusammen mit unserer Berufsbildung organisieren dürfen und später veröffentlichen wir unsere Eindrücke in unserem Blog Young Generation intern. Mein Highlight im kaufmännischen Beruf ist, dass ich im ersten Lehrjahr schon vier verschiedene Abteilungen besucht habe, wo ich mein vernetzter Denken und meine gute Ausfassungsgabe in der Soientas Krankenversicherung einsetzen konnte. Fühlst du dich angesprochen, dann bewirb dich bei der Soientas Krankenversicherung. Fühlst du dich angesprochenen? B�� AbDING Wrestling Blut 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 Blut